Jetzt wird es ernst für Gersbeck. Die Staatsanwaltschaft Salzburg erhebt Anklage gegen den Hertha-Torhüter wegen schwerer Körperverletzung. Ein Prozess ist für den 28. September angesetzt. Marius Gersbeck soll im Trainingslager von Österreich einen 22-jährigen Einheimischen ins Gesicht geschlagen und gegen den Oberkörper getreten haben. Das Opfer musste wegen einer Gehirnerschütterung und mehreren Frakturen im Gesicht im Krankenhaus behandelt werden, war danach wochenlang krankgeschrieben.